Moin Leute und herzlich willkommen zu der vierten Folge vom Let's Play Minecraft und in der letzten Folge, oh, okay, ähm, in der letzten Folge haben wir unser Haus fertig gebaut und heute habe ich vor, so jetzt geht's, heute habe ich vor, hier drüben, also hier so, hier nebenan, eine Mine zu bauen, vielleicht so, ne, oder, ja, ich glaube, heute machen wir die Mine und in der nächsten Folge machen wir vielleicht weiter, oder wir bauen den Steck hier, und ja, äh, was brauchen wir, brauchen eine Schaufel, äh, haben wir überhaupt Material, ja, ich glaube, ich glaube ja, ich glaube ja, Hä, ich drück drauf, aber es geht nicht, also, jetzt, hier eine Steinschaufel, dann graben wir hier, so runter, oder, ja, ich würde sagen, so geht's, Erde, 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 Erde kommt wieder hier, so, dann hier weiter, äh, nee, so nicht, hier so, So, da ist schon das erste Stück Stein, Wir dürfen nicht nach da, oder, ja, doch, jetzt können wir nach da bauen, also, ja, ups, das war nicht so gewollt, Ja, so können wir, ja, so können wir den Weg machen zum Steg eigentlich, so, 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 hier so weiter, und so, ja, jetzt haben wir auch noch so einen schönen Weg hier, So, ich tippt zu, hm, 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 hm Ihr seht das jetzt den Zeitroffer, ja, viel Spaß mit dem Zeitroffer, ja. Ja, Leute, inzwischen sieht es so aus, wartet, so, kann ich hier auch noch ein Stück hin machen, ja, jetzt gerade sieht es noch so aus, und ja, wir sehen uns, wenn es wieder, ja, wenn ich wieder was gemacht habe, oder wenn ich mal Erz finde, weil ich habe noch kein Eis gefunden oder Kohle, um Fackeln zu bauen, ich habe noch nichts davon gesehen, nichts, ich finde einfach nichts. Also, wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns. Wir sehen uns, 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 Das war's für heute. 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 Okay. Dann hierher. So und so. Und ja. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es und schreibt es in die Kommentare, wenn ihr mehr von Minecraft wollt. Und dass Minecraft euch gefällt. Wow. Als ob wir jetzt noch Kohle finden. Okay. Das ist krass. Okay. Aber das bauen wir in der nächsten Folge ab. Und ja. Schönen Tag noch. Und ja. Ciao. 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 Ciao.